Wir arbeiten. Wir haben die Führung verloren. Das war ein Leder. Tommy, du bist in diesem Gebiet ein Fachmann. Du hast das jahrelang praktiziert und ich frage mich, was sind Tommy. Wir haben die Kontrolle. Was ist dein Geheimmittel für den perfekten Furt? Weil er richtig schön süffig rüberkommt. Hm. Wir haben alles. Du musst ihn lange genug kehren lassen, ne? Ja, aber wenn er jetzt unbedingt raus will, ich will ihn aber damit zurück. Was leider machen am besten. Die Puppe, äh, die Puppe richtig verschwiesen. Nein! Alter, ich verstehe das, ne? Die kriegt die ganze Hände fressen. Ja. Ein bisschen Muffen geht, wenn er nicht verkehrt, ne? Vielleicht muss ich ja mal... Vielleicht muss ich ja mal einen ablassen, damit das... ...wir sei eine geflüchte Erleichterung... Was meinst du Schöpfchen? Äh, einzugehen. Hä? Das liegt daran, dass dich Muffen geht auch interessiert hat. Das, äh, vergassst du das immer. Wir haben die Führung übernommen. Wir haben die Führung damit zu schrauben. Waren die Puppe in der Schöpfchen. Wir haben die Führung für den Schöpfchen. Nein, der darf den... ...völkis. Alter, ich hab einen Gegelbein raus und den Scheißlasern. Das weiß ich dir sagen, so. Ja, okay, die Laser gehen um Arschreiter. Die drücken so richtig auf... ...auf... ah nein. Die Wichse! Scheiß-Camper-Hurl. Röver. Geh weg da! Geh ficken! Scheiß-Camper-Hurl. Wir haben den Vorteil verloren. Geh gibt's denn dies? Feindliche Drohne online. Da haben wieder so ein paar schimmelige... ...die Spiel zu Weihnachten bekommen... ...einer und campen schon mit den ganzen... ...Nudelarbeiter. Geh. ... ... ... ... Feindliche Vorräte kommen. Feindlicher Raketenschlag. Nigger. Nigger. Okay. Wurschtficken. Wir haben den Arsch hier. Die Türen, Alter, die campen. Ich muss das Magazin wegschütteln, Feuerschutz! Scheiss, Laser. Ich hatte Laser. Ja nicht. Ha ha! Ha ha! Da wurde schön in die Hüfte geschossen. Die Hure. Ne, wir sind gleich. ... ... ... ... ... Schau Leute.